Da haben sich die Bremer ja viel vorgenommen. Vom Beirat im Stadtteil bis zum Europaparlament wählen sie ihre Abgeordneten. Manche meinen, dass es nicht nötig ist, zur Wahl zu gehen, gar nicht das Kreuz zu machen. Sie denken, die da oben entscheiden sowieso. Aber vergessen wir nicht, Politik lebt vom Mitmachen. Demokratie heißt dabei sein, mitgestalten, mitreden, mitdiskutieren. Weltweit leben noch Millionen Menschen in Diktaturen, die sich nichts sehnlicher wünschen, als endlich frei wählen zu können. Ich möchte auch in Zukunft in meinem Land freiheitlich mitgestalten können und dieses nicht den Parolen der Hetzern überlassen. Mal ehrlich, das geht uns doch alle an. Ich gehe wählen. Du auch?